Gummipflege Renault Twingo 2. Kommen wir zu unseren Türdichtungen. Die sind in jedem Fahrzeug auch bei unserem Twingo verbaut. Die werden wir reinigen und pflegen mit so einer Gummipflege. Das heißt einfach nur draufdrücken und einmal komplett die Gummis in der Türdichtung abfahren, damit die nicht im Winter zufrieren. Das ist immer sehr ärgerlich und auch gefährlich, weil die euch diese Türdichtungen zerstören können. Ihr könnt auch Vaseline benutzen oder WD40, aber diese Art hier ist am pflegeleichtesten und am einfachsten. Vergesst doch nicht die Beifahrerseite, die gehört auch dazu. Da gibt es nämlich auch Dichtungen, die gepflegt werden wollen. Beifahrerseite, Fahrerseite, Dichtungen pflegen. Auch im Kofferraum haben wir eine Dichtung, die sollte gepflegt und gehegt werden. Daher werden wir diese jetzt auch nochmal komplett behandeln. Einmal drumherum mit dem Pflegestift. Weil im Winter wollt ihr ja bestimmt auch an euren Kofferraum. Denkt daran, auf unten es zu machen. Und seitlich und oben. Schön! Zu guter Letzt gibt es auch noch einen Dichtungsgummi im Motorraum. So, den werden wir jetzt auch nochmal schön behandeln, um das Gummigeschmeidig, weich und winterfest zu halten. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Suu Suu